Küchenträume für Ihren individuellen Lifestyle erfüllt das Küchenzentrum Süderelbe. Unser geschultes Fachpersonal unterstützt Sie bei der Auswahl Ihrer neuen Küche. Von den Schränken über Materialien für Spülen und Arbeitsplatten bis zu den passenden Elektrogeräten. Wir nehmen uns gerne Zeit für die perfekte Planung nach Ihren Wünschen und sorgen für einen fachgerechten und passgenauen Einbau. Auch ersetzen wir Elektrogeräte, Arbeitsplatten und Spülen in Ihrer alten Küche. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank!